2.000 Das hat sich jetzt schon ein bisschen mehr bemerkbar gemacht Entschuldigung Was ist denn der Helm? Ja, auch Gift drin Hier, ne Hey, ich hab mir noch eine Ich hatte ja noch eine Ne, logisch jetzt nicht So, jetzt gucken wir mal Irgendwie Platz machen können Ich will nur, ist das drin, ist gut, ist nichts wert Gut Ist drin und verkaufe ich So Jetzt reite ich erstmal ins Nachbarstadt Hier zieh ein paar Helm nur auf den Schmied Äh, auf die Gemi Mach die Quest Und denne mach ich, glaube ich, mal in Shop, wie es aussieht, ne Ich meine, mit dem ich echt super zufrieden Mit dem Dieser Speed Truss hier Ist echt klasse Der doch ein nice Boni ist So, da hab ich jetzt hier noch ein paar mehr Quests So, was muss ich denn jetzt noch machen? Die Rüstungsbestellung Geht zum Schmied Okay Die Platz Musiker Den Bruder muss ich finden Blablabla Tauchen Muss ich finden Okay Da muss ich diese Wölfe töten Irgendwann ist Pfirsich Samen Zum Keiler Da kill ich vielleicht nachher noch mal so ein Stein Dann müsste es eigentlich auch Das kostet Einige Ich gerade da plus Da soll ich vielleicht auch nachher noch was killen Eine Habe ich doch jetzt, oder? Ne Blutschrote Duft Okay Das sind da wohl die Äh Jojojo Jo Jojojo Jojojo Dann machen wir diesmal schön mit System Ähm Cool Also Ja Ich mach's Ah Das kotzt mich an Gequastet Der Quest hat euch mal ewig gebraucht Das weiß ich noch Deswegen Ärgert es mich Nein Spaß Ich ärgert es mich nicht Aber Ich bin noch mal ewig gebraucht Jo 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 Ist klar ne Ja, sorry, dass ich die letzten Tage da ein bisschen weniger hochgeladen habe, aber ich hatte einfach keine Zeit und es kam von Fallerer, hahaha, wie lustig. Was habe ich jetzt? Okay, gut. Achso, ich muss hier hoch. Ist jetzt leicht irritiert. Sooo, richtig sind wir jetzt hier. Ja, ja, ich gehe jetzt einfach hin. Was ist der hier? Fahrende Händler muss ich auch hin. Und wer ist das hier hinten? Schön. Oh mein Gott, ey. Gut, abgearbeitet. Nein. Jetzt gehe ich noch kurz zum fahrenden Händler. Aber die Quest, mal kurz gucken, ob ich den G-Mach gegen den. Hey, hey, hey. Fahre ich mich mal kurz selbst an. Wow, 500. Er geht down, er geht down. Natürlich sehr bemerkenswert. Ich wollte nicht da rein, kloppen. Er müsste aber irgendwann, wow, wow, den ersten killt lässig. Ähm, ja. Hier gemischt waren, den drin muss ich auch hin. Ich wollte eigentlich, wenn ich das Ganze zu einfach bekomme. Na, laber mich. So. Voll unkurier, das bist du. So. Also, ey, ohne Witzel, das sind echt viele Queste jetzt hier. Aber ich mach's lieber alle auf einmal, als jedes Mal hin und her zu halten. Ähm, kann ich mir vielleicht. Ne, kannst du noch nicht. Dann muss ich jetzt hier noch hin. Und. Ja, wie viel wird das jetzt noch ein Quest an hier eigentlich? Jetzt reite ich nach hier unten. Jo. Ja. Vielen Dank.